willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und warum geht es eigentlich klar klaren spiele sind vorbei wir holen uns die rewards habe ich weiß ihr habt das schon bei tausend anderen youtuber gesehen wie die ihre rewards einsammelt ihr habt das heute schon bei euch gesehen wie ihr eure rewards ansammelt ich meine ich hätte jetzt auch eine folge machen können ich hole bei 18 accounts jetzt oder bei 23 accounts ich weiß es nicht so ganz genau meine rewards habt denn ich habe überall die clanspiele ja ich habe es ganz gut mitgemacht und ich muss aber sagen ich mache jetzt nicht so ein affen von das heißt also ich hole sie mir so ab wie ich sie gebrauchen natürlich kann man sie auch abholen indem man die meisten gems raus zieht oder was auch immer aber ich habe mich eigentlich jetzt schon vor allen dingen mit dem mit dem avatar hier so ein bisschen festgelegt und eigentlich wollte ich ja ein stündchen bewusen eigentlich wollen stunden wussten ja ich glaube das mal ja passt mal auf das mache ich auch ich hau mal die alte pulle hier weg einer die mussten wir mal eben und dann kann ich die hier nämlich aus dieser reihe doch noch nehmen die gems sind die sind mir nicht ganz so wichtig muss ich sagen denn ich sammle ja ich bin ja eigentlich eher gem sammler das heißt ich gebe recht wenig aus ab und zu gebe ich auch mal ein paar aus gar keine frage wir nehmen hier das elex wir nehmen hier die james jahr die 100 nehme ich mal mit oder nehmen wir eher das gold wenn immer die junge chance wird wir nehmen hier nämlich das gold das dunkle kriege ich sicherlich sicherlich etwas schneller rein gefahren denn ich muss ein bisschen was bauen aber wir haben wir da das dunkle bauarbeiter ruhe brauchen jetzt nicht unbedingt aber das uni buch ist natürlich richtig krass ich meine im letzten tier hier dieses uni buch einzubauen und die 150 gems da hat das also was hält schon richtig gut gemacht da kriegst du zweifel was mache ich james buch ich denke mal ich nehme aber das buch hier denn mein worten und mein king können ja noch ein level vertragen und dann nehme ich das uni buch denke ich mal so als heldenbuch würde ich jetzt mal so sagen und ihr seht ich bin hier echt mau dabei gewesen man kann ja noch mal so eine kleine gesamtstatistik ziehen und ich habe mir aber 400 punkte gemacht das ist nicht möglich das ist eher wenig keine frage aber das waren jetzt schon mal die clanspiele da können wir schon machen das heißt der clanspiele und kritik natürlich leute bin ich kritikfähig und ich hoffe ihr seid auch und ihr dürft manchmal ein paar sachen ich kann ich das ist eigentlich das coole weil ich ja taggenau mal abdrehe kann ich immer eigentlich auf meinen video vom vortag so ein bisschen react nicht können wir es den ganzen tag angucken die ganzen vielen kommentare ab und zu wenn ich jetzt halt lust habe ich fahr mal eben denn wir brauchen meine liga wir brauchen meine lieber denn ich kann mir die kommentare ganz nett angucken beantworte ja auch noch immer noch relativ viele kommentare aber musste dann auch im tag feststellen dass ich ich will nicht sagen ich habe jemanden unrecht getan aber man hat sich ausgetauscht im discord nämlich die schokotorte die bei uns im clan war der jannik und dann habe ich auch irgendwann mal verstanden klar ich meine gut ich habe etwas raus wo ich nicht weiß dass etwas ist ganz normal sage ich jetzt mal und aber ich kann es auch in dem moment nicht rückgängig machen denn ich habe es aufgenommen ich habe es gesagt ich habe es gemacht ist halt so so muss man es auch ganz klar sagen sonst hätte ich das video löschen müssen damit dass keiner mehr erfährt oder damit vorher keiner erfährt aber war mir eigentlich zum zeitpunkt egal da ich nicht ganz wusste da wie ist es eigentlich gewesen jetzt weiß ich mittlerweile ist wieder im klaren drin kein thema da habe ich dann auch ein bisschen dann nicht nicht nur ein bisschen da habe ich natürlich da habe ich auch einsicht auch wenn ich mich erst ich will nicht sagen quer gestellt habe ich will mich auch nicht entschuldigen für das was ich eigentlich immer sage und mache da stehe ich da stehe ich ganz dazu denn es sind auch immer das müsste auch mal so sehen es wird nie so heiß gegessen wie es eigentlich gekocht wird und deswegen habe ich glaube mal geschrieben nehmt nicht immer alles so super ernst was ich schreibe sage und mache denn oftmals bin ich gar nicht so bin ich gar nicht so also ich bin schon so ja nur kommt es vielleicht dann manchmal so rüber als wenn ich so verbissen wäre so ehrgeizig habe ich auch in den kommentaren gelesen du siehst das spiel viel zu eng nein das mache ich alles nicht das könnt ihr mir glauben das mache ich alles nicht und ich tue es auch nicht für die klicks oder sowas ich bin eigentlich relativ normal glaube ich vor der kamera oder hinter der kamera und das könnt ihr in jedem fall heute abend sehen also am mittwoch am streamer natürlich wieder auf twitch tv ich habe coole cks für euch und kühl waren kühl wäre wenn wir hier mal gegner finden die lupe ist zwar kurz aber die gegner sind mau würde ich mal so sagen fett sowie koppeligen hier ist so ein bisschen hat heute noch nicht sein dorf besuchte ich das mal sagen und ich habe natürlich eine luftarmee dabei das kann ich nicht so gut muss ich sagen sondern luftarmee kann ich nicht so wirklich gut aber ich würde sagen was habe ich hier eine karre drin warum sehe ich das jetzt nicht obwohl das ist gut okay dann wo ist die queen ok da ist die queen die mauer sofort tot würde ich mal so sagen 1 2 3 4 5 6 nehmen wir unseren dicken mit rein einmal die karre hier und dann kann das hier losgehen ich gucke mal irgendwo kann ich hier oben glaube ich ganz ganz gut mit mit ihm hier fangen noch ein golem dabei und dann kann das hier erst mal ganz lockig flockig in die base gehen wir nehmen an den worten auch mit würde ich mal so sagen haben wir jetzt einen gut mal sehen was ich natürlich gar nicht habe ist ich habe gar kein fries dabei okay ich habe gar kein ich habe mal so überhaupt kein fries dabei und der eine muss jetzt in jedem fall sterben ich bin hier im moment ich weiß gar nicht warum warum es so ist aber hier reichen zwei ich weiß gar nicht warum es so ist toto shit for fit scheiße okay manchmal weiß ich gar nicht warum ich etwas tue aber es hat ja auch mal einer geschrieben habe ich da jetzt einfach mein mein klon zauber irgendwo anders gesetzt alter falter ich habe ja nie da der hat den hund geklont geile scheiße hund geklont ist natürlich echt nett kommt leute macht er den schönen inferno na 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 oder auch das rathaus ist mir ganz egal aber das rathaus haben wir gekriegt in inferno kriegen jetzt nicht mehr wir kriegen noch so ein paar mücken hier außen das lager kriegen wir leider nicht mehr das ist ein bisschen schade dann nehmen wir uns die sie hier denn die kriegen wir in jedem fall und kommt einmal noch ein bisschen eilig gemacht hier jetzt habe ich noch zwei ich habe nichts gesetzt hier was was eil angeht aber eil ist eigentlich jetzt ein bisschen in meiner nächsten armee ein bisschen über deswegen mache ich mache ich dir jetzt auch ein bisschen eilig hier ok er wir haben doch noch ganz gut was geholt ich war mit meiner luftarmee unterwegs ich meine manchmal hast du ja eine armee am start und du weißt eigentlich ja der angriff wird nix irgendwas holste und heute hatte auch jemand immer in die kommentare eingeschrieben ich weiß gar nicht wie du am max rathaus 12 haben kannst also man kann auch ohne ck ohne irgendwie normal mit farben rathaus 12 werden glaubt man nicht aber glaubt man nicht dass meine angriffe immer so sind ich meine oftmals so wie heute nämlich das ganze am emulator auf mit maus geklickt da kannst du die truppen nicht so super setzen also zumindest kein kein multitouch und das ist auch nur fahren was ich hier tue ich glaube meine klaren kriegs angriffe sind immer so best wie möglich also da hole ich denke ich mal immer alles aus aus meinen account raus und verbrate da nicht einfach nur so meine meine truppe ok der der minion hier ist jetzt verbraten aber das ist ja das ist ja noch in ordnung das ist ja noch in ordnung und boden karre passt eigentlich immer bei mir glaube ich und deswegen warten wir mal eben bis meine helden wieder da sind ich habe jetzt gerade schon angefordert wir finden irgendwie kein klark ist gegangen die suche dort jetzt echt schon lange ich habe sie machte angestartet es ist heute jetzt schon fast elf uhr ich habe einmal zwischendurch abgebrochen weil wir noch mal getauscht haben aber es dauert im moment sehr sehr lange aber ihr habt ja gesehen wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht und der schoko schoko die schokotorte hier ist hier wieder im clan jetzt lassen jetzt lass mich bitte keine scheiße erzählen jetzt finde ich den nicht schoko 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 da ist ja da ist ja also ich habe ihn ich habe ihn gestern schon wieder eingeladen aber nach der aussprache habe ich immer auch ganz klar gesagt du ich hab dir geschrieben komm einfach wieder rein du bist willkommen und gut ist punkt ich mach da mal einen punkt runter und wir suchen nur für die css nicht für die cl ccs andersrum wir suchen nicht für die cwl wir suchen so muss ich das mal schreiben suchen nicht für cwl ja wir suchen jemand nicht mehr für cwl das hat ja gestern gemacht wir sind ganz gut befüllt im moment muss ich sagen denn so ein paar fallen ja unten weg bei uns für die cwl das heißt also wir sind jetzt 36 von 50 da gibt es ein paar achter ein paar neuner die fallen hier einfach raus und dann sind wir mal gerade so 30 ich hoffe das hält sich noch so und ich muss nicht doch noch jemand nachordern ich glaube wir haben zwölf reingekriegt ein paar elfer ein paar zehner so super viel war es jetzt nicht und wo ich den rsa gerade sehe ich habe ich habe noch was für euch diese woche das will ich in jedem fall bekannt geben aber ich glaube ich wir lassen die jetzt mal eben recken clanspiele habe abgeholt ja ich habe jetzt eigentlich ganz gut hier wieder wieder was drin wie gesagt das unibuch nutze ich dann für den helden und ich hatte hier ich hatte sogar noch diese alte diese alte roni aber ich nutze das nicht in der bilderbase muss ich sagen und habe jetzt hier glaube ich so ein bisschen was können ja kommen dann können wir ein bisschen was basteln die neuen mille die brauche ich allerdings leider für mein labor und aber ich glaube die fünf millionen da können wir hier irgendwas schickes für machen weil ich würde sagen wir machen die archer tor weiter denn die sind an die da ein bisschen am längsten glaube ich archer tor kanon 56 ja das passt so alles mit dem passi ich kann auch immer noch ganz ganz viele sachen elf stück nämlich mit dem pass hier abholen weiß ich auch noch nicht wie und wann ich das mache aber ihr werdet das sicherlich gewiss und ich habe jetzt zwar ein paar gems bekommen aber ich glaube die zwei stunden 38 die speichern jetzt die 37 brauche ich nicht nehmen und ich glaube meine elex gruppe weiter ich kann mir vorstellen die mauerbrecher oder hier die badstruck mal sehen alles nicht mehr ganz so teuer mit dem gold pass also ich erwähne den immer ganz bewusst denn der gold pass macht einem das leben hier wirklich einfach ihr wisst wann ich mit diesem account aus rafers 11 gegangen bin das müsste mal in meiner playlist nachschauen wo ich alles ausgebe alles ausgegeben heißt die folge auch und wie weit der kollege jetzt schon ist also auch von den helden her von den forschungen her ihr seht das hier mal und ich habe so gut wie nichts glaube ich gejammt hier ich habe alles mit bücher rausgehauen ich habe mir natürlich ab und zu mal ein heldenbuch geholt hier beim händler wenn es das hier gibt für 500 bin ich immer nicht abgeneigt mir das zu holen aber ich bin jetzt auch schon wieder bei 7000 gems also ich habe in letzter zeit eher gespart weil ich nichts ausgegeben habe und dann lassen wir glaube ich noch mal an die sind die sind einmal durchgeregt aber ich würde ganz gerne meine zweite armee noch mal im petto haben ich nehme noch mal die die luftarmee gehen wir mal wieder auf die suche ist ja schon schwer genug niemand gibt mir seine ressourcen aber der hat immerhin 5000 dunkles habe ich es echt lange gesucht muss ich sagen komischerweise also jetzt ich habe nicht lange lupe oder so aber um überhaupt man gegner zu finden der so ein bisschen ressourcen hat hier für mich und der so eine schöne king so eine schöne queen hat die rumpennt der worden pendrum und ich glaube sogar der dicke hängt auch um also es gibt hier keine helden denen ich entgegentreten muss dann checken wir mal ob wir hier klar bock haben mal sehen ich kann ich mir schon vorstellen ist ein aktiver account zumindest aber nicht und dann würde ich sagen dann matchen wir hier mal rein mit unseren truppen wo ich habe ja mal mal so richtig krass was am start hier pecker damit rein einmal ja komme ich nehme die maschine denn ich will es dunkler haben ich habe jetzt eben festgestellt ich kann ich kann gar keinen hellen leveln hier ich habe wieder also ich habe ja gut elex hätte ich jetzt natürlich aber ich habe ich habe gar nicht genug genügend von dem anderen zeug von dem dunklen zeug um hier vielleicht mein king so ein bisschen weiter zu machen könnte ja auch mal sinn machen und der schießt jetzt gleich auch oder schießt ja auch ja der schießt auch okay dann legen wir die beide eben mal still hier wo es meine queen die ist da okay und dann haben wir hier mal die schweinereiter aus das weit das was wir sollten so ein bisschen glaube ich noch hier was in der worden fähigkeit machen können das war dann eher für den elektro da oben okay aber da habe ich noch habe ich da viele hocks verloren ich habe nicht viele hocks verloren glaube ich da aber ich habe noch ein gut zauber das natürlich auch krass hocks in wo ist immer ein bisschen doof hocks hocks in wo ist ein bisschen doof da sage ich nämlich immer dann sind die hocks immer schneller tot in ihrem boot hier und hier können wir es aber noch mal durch heilen da kommt noch mal jetzt kommt der worden dazu aber da kam ja gut dass die alte die alte sprudel falle da okay aber die ganzen ressourcen hier für mich liegen hier auch außen also alles nicht so schlimm wenn die da jetzt die mitte nicht schaffen würden ich muss mich mal eben auf meine anderen truppen konzentrieren haben sie doch gepackt okay haben sie doch gemacht und also der das gestern geschrieben so schlecht war das jetzt nicht dafür dass mit der maus geklickt war glaube ich war es ja ganz in ordnung jetzt schreiben dann wieder einige ja tut er hatte keine helden er hatte keine klanburg ja so ist es nun mal okay also ich denke haben wir ganz gut gemacht und aber wie gesagt heute abend machen wir auf twitch vor wieder einen netten abend wir haben am morgen feiertag also am donnerstag haben wir hier zumindest einen feiertag und da ich da nichts anderes vor habe glaube ich können wir mal ein stündchen länger machen oder so ich muss nicht arbeiten oder sonstiges und ich hoffe die kleine aber feine folge hier ich fordere mal an hat euch trotzdem ganz gut gefallen ihr werdet in dem fall klar krieg sehen so oder so und wir werden auch wieder ein bisschen schnacken kein thema ich hoffe die folge hat euch wie gesagt doch noch denn doch noch gefallen denn doch noch gefallen auch dass es ein bisschen cs und auch die kritikfähigkeit gab also jetzt von mir ich bin natürlich auch kritikfähig und irren ist menschlich ich hoffe ich kann es ja immer so ein bisschen gerade bügeln ich hoffe das habe ich hiermit getan also nimmst mir nicht so krumm und dann habe ich euch auch wieder lieb nämlich dann auch bis dahin euer toto klatscht ja 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 Bis zum nächsten Mal.